Ich habe mal wieder ein paar brandneue Zahlen für euch zu den Themen Aktien, Inflation und Immobilien. Denn genau diese Punkte hängen alle mit der Geldmengenausweitung zusammen. Schauen wir mal auf einen ersten Punkt, und zwar die Sparquote, die ja wichtig ist, um eine Inflation auszulösen. Wir sehen schon, dass die Spartätigkeit der privaten Haushalte stark zugenommen hat während der Krise. Klar, man kann ja auch nicht sein Geld ausgeben, man kann vor allem nicht mehr reisen, was wirklich ein großer Posten ist bei vielen Haushalten. Und so sehen wir, dass wir wirklich einen Rekordstand bei der Sparquote haben. Also das verfügbare Einkommen, die blaue Linie oben, da hat es echt nur einen kleinen Knick gegeben, gerade durch Kurzarbeitergeld etc. wird viel abgefedert. Sparen, die graue Linie, ja, da ist echt einiges dazugekommen, es liegt schon viel auf der hohen Kante. Die privaten Konsumausgaben, rote Linie, sind deutlich zurückgegangen, hatten sich jetzt erholt, aber durch den erneuten Lockdown ist davon auszugehen, dass eben auch die privaten Konsumausgaben wieder rückläufig sein werden. Das heißt, bei einem Gewitter staut sich da einiges an und die Frage ist, was passiert, wenn das Ganze wieder freigesetzt wird. Wir betrachten jetzt mal einen Zeitraum von 10 Jahren, von 2010 bis 2020. Ihr seht, auf der ganz rechten Seite, das verfügbare Einkommen ist um ungefähr 20-22% gestiegen. Alle anderen Assets, da rede ich immer von der Vermögenspreisinflation, sind wesentlich stärker gestiegen als das verfügbare Einkommen. Das heißt, ihr könnt diesen ganzen Assetpreisen nicht hinterhersparen, ihr könnt euch weniger Gold leisten, weniger Staatsanleihen, weniger Immobilien, weniger Aktien und die Geldmenge ist am allerstärksten gestiegen. Hier haben wir auch wieder die Geldmenge, also Global Liquidity im Vergleich zum MSCI World und ihr könnt sehen, wie wunderbar parallel die Geldmenge zum globalen Aktienmarkt zu sehen ist, zu betrachten ist. Das heißt, generell kann man sagen, je mehr Geld im Markt ist, je höher die Geldmenge der Notenbanken, desto höher steigen auch die Aktien. Ich berichte euch ja oft von der Vermögenspreisinflation. Hier seht ihr, ihr müsst immer mehr arbeiten, um euch eine Aktie aus dem S&P 500, also den 500 größten Aktien der USA, leisten zu können. Bei Immobilien ist es auch so, dass die Fremdfinanzierung einen immer größeren Posten einnimmt. Das heißt, wenn eine Immobilie gekauft wird, ist sie zu 85% mit Fremdkapital von der Bank finanziert und das Eigenkapital, was sie also mitbringt, wird immer geringer. Wie viele Deutsche können sich eigentlich noch eine Immobilie leisten? Das ist die blaue Linie. Das ist das Verhältnis vom verfügbaren Haushaltseinkommen zur Erschwinglichkeit. Da ist es nicht ganz so schlimm wie bei den Immobiliendarlehen, die steigen noch stärker, aber natürlich nimmt da auch die Kapazität ab. Das heißt, es wird schon schwieriger, sich eine Immobilie leisten zu können. Wir haben vorhin den Chart gesehen, die globale Geldmenge im Vergleich zum Aktienindex. Das ist interessant. Beim Bitcoin verhält sich das ähnlich, wenn auch nicht so schön übereinanderzulegen, weil der Bitcoin volatiler ist. Mit steigender Geldmenge der Zentralbanken steigt auch der Bitcoin-Kurs. Man sagt ja, Bitcoin ist das neue Gold und so verhält es sich von der Markttechnik auch, denn je höher die Geldmenge, desto höher ist auch der Bitcoin-Kurs. Da gibt es schon eine gewisse Korrelation. Schauen wir uns jetzt noch an, wie sich die Schulden entwickeln und zwar sehr stark. Der Nicht-Finanzsektor, also auch private Haushalte. Seht ihr hier die blaue Linie und das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, wächst eben bei Weitem nicht so stark mit, wie der Schuldenstand. Und das ist ein großes Problem, denn um Schulden langfristig wieder abbauen zu können, braucht man eben ein starkes BIP, was ungefähr im selben Verhältnis steht. Schulden sind nichts per se Schlechtes, aber wenn die Option nicht mehr besteht, dass die Wirtschaft im selben Maß mitwächst und man die Schulden wieder abbauen kann, dann schafft man sich ein größeres Problem. Mehr Infos in der Videobeschreibung. Eure Kommentare bitte jetzt.